Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 20. April 2021. Eine neue Art von Bakterien wurde entdeckt, die Batch-Bakterien. Forscher sind sich einig, dass man hoffen darf, aus diesen Batch-Bakterien völlig neuartige Medikamente entwickeln zu können. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt, nicht zu glauben, dass so etwas tatsächlich passiert ist. Filmt da wer mit einer versteckten Kamera? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Erde-Grass-Kinderjunge. Der 20. April war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. Bye-bye.